Es hätte nie so weit kommen dürfen. Alle Plagen der Menschheitsgeschichte haben sich in dieser Krankheit vereint. Sie brauchen die Stimmen der schwulen Bevölkerung. Das ist mein Virus. Es ist unfassbar. Elf Neugeborene wurden infiziert. Letzte Nacht ist wieder eine gestorben. Wir brauchen Geld. Sehr viel Geld. Sonst gnade uns Gott. Es kann uns alle treffen. Erseuchte Blutkonserven. Schlafen die in Washington? Wissen die nicht, was auf dem Spiel steht? Die Blutindustrie glaubt nicht an eine Epidemie. Wir müssen ihn auf jeden Fall finden, bevor er noch mal Blut spendet und noch mehr Menschen tötet. Was wollen Sie von mir? Mein Bruder war nicht schwul. Die erste Epidemie der Menschheitsgeschichte, an der offiziell niemand stirbt. Die Chronologie einer todbringenden Krankheit. Und es sterben Menschen Tag für Tag an einer Krankheit, der man noch nicht mal einen Namen gegeben hat. Es ist die erschütternde Wahrheit. Ich stelle hiermit den Antrag, diese Krankheit offiziell Acquired Immune Deficiency Syndrome zu nennen. Oder AIDS. Die Party ist vorbei. Nach dem Bestseller von Randy Schiltz Und das Leben geht weiter. Die Wahrheit kennt kein Happy End, sondern nur die Hoffnung. In den Hauptrollen Matthew Modine Alan Alda Phil Collins Richard Gere Angelica Houston Steve Martin Ian McKellen und Lily Tomlin Die Dokumentation eines großen Versagens Und das Leben geht weiter. Ich bitte sehr, 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 sehr gut. Ich bitte sehr, 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 sehr gut. Here ist das Leben, der da istutil. Vielen Dank.